Entschuldigung, ist der Platz hier noch frei? Ja, bitte sehr. Entschuldigung, wenn ich Ihnen ganz kurz helfen darf. Sie haben da einen Frosch im Hals, ne? Wo finde ich denn hier die Toilette? Ja, da gehen Sie 50 Meter geradeaus, am Gang, links, weg und dann das dritte Fenster. Entschuldigung, ich habe Sie nicht gesehen. Was ist's? Wollen Sie auch einen? Nein. Die Menschen da unten sehen so klein aus wie Ameisen. Aber das sind doch Ameisen. 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 Und sonst schon? Muss ja. Na dann? Na dann?